Wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Die Bürgerstiftung, meine Damen und Herren, und das bürgerschaftliche Engagement können in einer subsidiär organisierten Gesellschaft ein wichtiger Partner sein. Sie wollen es sein. Ich bin sehr gerne hierher gekommen, weil ja nicht ganz klar ist, wer hier wem dankt. Sie bedanken sich dafür, dass ich hier bin, aber ich bedanke mich erstmal, dass es Sie gibt und dass Sie viel Gutes tun. Und in diesem Sinne ermuntere ich Sie und Ihre Freunde und alle, die es noch werden wollen, wirklich, ja, da können Sie ja für die nächsten Anwerbungen sozusagen noch mit im Ohr behalten, den guten Wunsch. Ermuntere ich Sie einfach, machen Sie weiter. In dem festen Wissen, dass es für Sie Bereicherung ist, aber dass es für viele Menschen so wichtig ist. Das ist Teil unserer Gesellschaft, wie wir sie verstehen, wie wir sie schön finden, wie sie sich zu einem lebens- und liebenswerten Land entwickelt hat, diese Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb sage ich einfach nur herzlichen Dank für das, was Sie tun. Ein ugliges Herz, du fährst einallowed Jahr, bitte süßer Submarz. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Ein ugliges Herz, du fährst ein inmitten süßer Submarz. Sag mir, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen? Untertitelung des ZDF, 2020